Ja, Ilah, El-Jurifat, As-Selam-Tulak, Rabbi-Farut-Dil-Lati-Mah-Kamah, Ab-Tag-Iha, Mad-Hat-Am-Tor-Li-Yat-Mah. Allahs Befehle, folge sie. Bewahre das, was Allah verboten hat, wieder und verlasse das. Verlasse es. Verlasse die Sünde, ab heute. Und wenn du immer wieder fällst, bitte Allah immer wieder umgäu. Weine im Sujud, im Niederwerb vor Allah. Zeig Allah, Ya Rabb, ich bin schwach, Ya Rabb. Ya Allah, du hast mich erschaffen, ich bin schwach. Ich möchte so sein, wie du willst. Hilfe mir, Ya Allah. Denkst du, Allah hilft dir nicht? Wallahi, wenn du ehrlich bist, Wallahi, Allah wird dich da raus holen. Weil Allah liebt die Menschen, die so reden. Allah liebt die Menschen, die sowas verlangen. Ich sage, Ya Allah, gib mir ein Auto. Ya Allah, gib mir eine Blonde. Ya Allah, gib mir ein Ferrari, gib mir ein Porsche und dann noch ein Cabrio dazu, woher Allah damit angeben kann. Was bringt dir das?